An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zu Mit der Innenseite hier auf meinen Schoß, genau, leg's auf, am besten ein bisschen weiter nach oben Ungefähr so muss das Ganze liegen, genau Und dann werde ich gleich probieren, wir lassen die ganzen Blödsinn, ja, okay, alles klar Herzlichen Dank für's mitmachen, Applaus für die beiden Ich bin jetzt Berufspilot, ohne Anstellung und Fluglehrer, ohne Schüler Na denn, Mann, weiter ohne Leiter, ohne Hopper, Hopper, Reiter Dafür bin ich zwei Schlaufen, sich im Bühnenlicht verlaufen Man sieht übrigens sofort, dass es sich um eine Fluglizenz handelt Da ist ein Vogel drauf Das hier ist so eine Art Flugzeugfenster Ist es rund oder eckig? Schwamm Und wir gucken uns den Schwamm kurz an, wir haben hier in der Tat eine Tasse Ja, das ist, das kriegst du nach Hause, viel Spaß Okay, ich hatte noch nie Sex mit einer Flugbegleiterin Es gibt auch nette Flugbegleiter Hast du ein Handy dabei? Ja In Wirklichkeit ist das Handy schon lange verschwunden Herzlichen Dank Kannst du's bitte einmal aufreißen? Drin ist auch eine Tüte In dieser Tüte befindet sich ein Handy und ein Ring Hier einmal das Handy, hier einmal der Ring Hervorragend, es hat geklappt! Hey krass, darf ich die Kiste mit dem Jochen Schweizer Gutschein hier echt alleine fliegen? Ganz wichtig, die Zunge dabei drin lassen Wie er zerreißt Komplett Und versehrt wird Für Comedy im Cockpit Hat meine Fluggäste oft nicht so richtig Verständnis Wir haben hier komplett gemischte Karten Da vorne ist die Kamera Ich guck weg Die Karten kommen jetzt hier in den Luftballon hinein Eine Karte Ja, das ist die unterschriebene Karte Danke, tschau